Dann haben wir diesen Skandal noch mit dem spanischen Fussball-Verbandschef da mit sexueller Belästigung, die Spielerin Hermoso, wie er sie da übergriffig, also fast schraubstockmässig, den Kopf in die Hand genommen und sie abgeküsst hat nach diesem Erfolg. Und tatsächlich, ich meine, es war eine übergriffige Geschichte. Ich habe das als südländisches Matchatum abgetan. Aber auch hier, meine Damen und Herren, die Kommunikation scheint mir ganz wichtig. Er hätte doch einfach sagen müssen, ich war von den Emotionen dermassen überwältigt. Ich habe diese Spielerin geküsst. Ich hätte auch einen Mann geküsst an diesem Punkt. Ich hätte sogar einen Torpfosten geküsst. Ich entschuldige mich. Er hat dann den Fehler gemacht. Er hat sich zuerst verteidigt, trotzig, und dann hat er sich doch entschuldigt. Wollte er also mitmachen in diese teilweise Vogue-Empörung, die da mitgeschwungen hat. Und mit diesem Zugeständnis, vielleicht mit diesem Schwäche eingestellt ist, hat er sich dann erst recht in die Bredouille gebracht. Bis zum nächsten Mal.